Ja, wir kommen zurück zu der Phase 2 und wir machen jetzt den Weg, wo wir das noch aufwärten. Für das nächste Geschäft brauchen wir jemanden mit besonderen Fähigkeiten. Ein Sprengstoff-Experten oder Schlossknacker. Ich weiß. Deswegen muss ich auch noch jemanden rekrutieren. Keine Sorge, du bleibst Beifahrer. Ja, bleibst Beifahrer. Ich verschwinde! Ich suche einen guten Mann. Jemanden, der sich ein paar Dollar verdienen möchte. Ich habe die Fähigkeiten, du die Aufträge. Was willst du über mich wissen? Nichts wissen. Im Ernst? Du willst mich anheuern? Ja, du bist unser Mann. Willkommen in der Familie. Ja. Schneidung erstmal. Ja, du bist eben schwarz. Um... Ich habe die Fähigkeiten, die Fähigkeiten. Ja, du bist eben. Ich habe die Fähigkeiten, die Fähigkeiten, die Fähigkeiten sind. Ja. Und schwarz Ne, die Arbe, das macht mich nicht gut aus, das ist nicht Ja, du hast halt so Ja, das ist schon Die Schuhe lässt sich nur so Oder warte, die sieht das auch nicht zufällig, bitte Sehr wettelig, so geht es halt Ich glaube, ich schwule auch Ja gut, dann machen wir das halt nochmal Oder willst du was, ich mach dir ein T-Shirt fertig Vielleicht noch ein paar Jeans Ja, solche dunkle T-Shirt vielleicht Schuhe, Freistellschuhe Ich bin halt so, kackt auch Ja Ich bin halt so, kackt auch Ich bin halt so, kackt auch Ich bin halt so, kackt auch Und zwar ist die Arschlein Ich bin halt so, kackt auch Ich bin halt so, kackt auch Und zwar ist die Arschlein Ich bin halt so, kackt auch So, kackt auch Ich bin halt so, kackt auch Ich bin halt so, kackt auch Gleich knallt's! Ja, die stehen noch genau auf hier in der Nähe. Ne, das Thema müssen wir nicht wegkommen. Boah, scheiße. Alles los? Die Botschaft müsste ankommen. Weg damit! Nicht bewegen! Ah, da kommt viel, da kommt viel. Das tut weh, wie ne neue Tätowierung. Boah, da will ich jetzt nicht wegwerfen. Es ist nichts Persönliches. Alles rein geschäftlich. Boah. Boah, da will ich jetzt nicht wegwerfen. Boah. Die Waffe runter! Da drüben! Der ist es nicht wert, dass man für ihn ein Loch gräbt. Waffe! Leg die Waffe weg! Der da hat das Sagen. Oh nein! Wischen wir mit! Liegt denen was an ihren Mädchen? Wieso arbeiten sie dann für diese Arschlöcher? Überlassen sie mir den Laden, okay? Okay! Du willst das Ding? Es gehört dir! Nimm es! Ja, Kartellbonus, Totschläger. Jedes Kartell, das du kontrollierst, bringt dich der Spitze näher. Noch wichtiger ist, du bekommst einen Bonus. Wie gepanzerte Autos oder Totschläger. Ja gut, ich kann das. Meine Empfehlung. Ich habe schon mit dem letzten Part so so gesagt. Habe ich jetzt Parch gesagt? Ah, meine Empfehlung. Ja, wir sind in der Nähe von der Band. Also werde ich jetzt, glaube ich, eine Band bekommen. Aber das im nächsten Part. Bis zum nächsten Band. Ciao!